Hallo meine Lieben, da sich so viele ein Follow Me Around gewünscht haben, habe ich mir heute mal gedacht, ich mache das einfach mal. Heute ist Karfreitag und ich habe zum Glück eine ganz liebe Freundin gefunden, die filmen wird. Und jetzt bin ich gerade am Schau angekommen, Foxy ist natürlich auch dabei. Ja, Foxy ist natürlich auch dabei. Ich weiß noch gar nicht so genau, was ich heute mit Robinio mache, ob ich einfach nur Dressur reite oder vielleicht mal wieder mit Halsring reite. Mal schauen, jetzt warte ich gerade erst mal noch auf die Kira, die gleich filmen wird und dann geht es auf jeden Fall gleich los. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei einem Follow Me Around, es haben sich wirklich jetzt so viele gewünscht und ja, wir fangen einfach mal an. Mal schauen, jetzt warte ich noch mal an. Oh, guck mal, die liegen beide auf meiner Dinge. Oh, wie süß. Das ist schon voll süß, oder? Ja. Aber Mietz, ich brauch die Tasche nicht. Nimm die doch mal mit runter, guck mal auf die. Ich kann ja die Tasche nicht bewegen. Vielleicht bleiben die ja da drauf. Hast du Angst vor Katzen? Ein bisschen, wenn die so fauchen. Soll ich das machen? Ja, ich hoffe einfach, die geht hoch. Die springen täglich an. Hä, echt? Ist das die mit dem weißen Punkt vorne? Ja, also die hat so ein Letzchen. Ja, die hat mehr Ehrgeiz. Die sind doch süß. Was hast du denn? Das ist die mit dem weißen Punkt. 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020